Willkommen bei SmartListe. In diesem Video besprechen wir den Die Besten Papierkorb Test. Ich habe diese Liste basierend auf meine persönliche Forschung und Meinung und ich versuchte, sie basierend auf ihren Preis, Qualität, Haltbarkeit und mehr zu verzeichnen. Wenn Sie möchten den Preis sehen und erfahren Sie mehr über diesen Die Besten Papierkorb Test, können Sie Kasse links unten in der Beschreibung unten. Auf Platz 5, haben wir die Ombra Vodrove Abfalleimer. Bei dieser Version handelt es sich um einen hochwertigen Abfallkorb aus Holz, der äußerst würdig aussieht und mit seinem Aussehen jedes Arbeitsumfeld verbessert. Das Holz ist aufgeräumt und sieht auch ganz natürlich aus. Die Außenseite ist in verschiedenen Farben sowie alle Nuancen sehen auf dem ganz natürlichen Holzton auf der Innenseite toll aus. Sie finden traditionelles Schwarz und auch Weiß, aber zusätzlich moderne Strazit oder frische Mintgrün. Im Vergleich zu den anderen Versionen in der Prüfung kann dies mit seinem genialen Look deutlich überzeugen. Umzug auf Nummer 4, haben wir die Läufer 26.662 Papierkorb. Für Jugendliche kann fast jeder Gegenstand gleichzeitig ein faszinierender Blickfang sein, sogar ein Altpapierkorb. Diese Version von El Ufer hat ein Pferde-Thema, das besonders bei kleinen Mädchen beliebt ist. Aber natürlich werden alle Pferdeanhänger angesprochen, egal ob Mädchen oder kleine Junge, jung oder alt. Wie wenn die Jugendlichen nicht wie Stadts, dann können sie aus den vielen anderen Zielen wählen wie wäre es mit einem Einhorn, ein Fußballplatz oder ein Auto. Übrigens, passt genau hier eine ganze Menge, da der Behälter hat eine Fähigkeit von 13 cm und auch es hat eine Höhe von 30 cm. Auf Platz 3, haben wir die Idesichen Mülleimer mit. Wenn es eine Basisversion sein sollte, dann können wir das von Idesichen empfehlen. Der einfache Mülleimer in weiß begeistert mit einem schlechten, raffinierten Look, der zu jeder Art von Arturier passt und auch genau zur gleichen Zeit sowohl klassisch als auch modisch aussieht. Die Form ist irgendwo zwischen recht eckförmig und ländseitig und hat die Gesamthabmissungen von 30,5 bis 16,5 bis 27,4 cm, was 9,5 Litern entspricht. Der Hersteller hat eigentlich auch über die Einfachheit der Nutzung nachgedacht und auch gewindelt Griffe in den Webseiten, wo sie das Papier gut schleppen können, auch wenn sie fertig sind. In Kombination mit einem Plastikmüllsack eignet sich dieser Behälter auch als Mülleimer für Familien oder andere Abfälle, wie zum Beispiel Hausmüll, im Badezimmer. Umzug auf Nummer 2, haben wir die Helit H6105895. Dieser Abfallkorb ist perfekt für den Arbeitsplatz. Das langlebige Kunststoffmaterial ist langlebig, langlebig und langlebig. Als bester Abfallkorb und damit Testsieger setzte sich die Version der Deutsche von Helit vor allem durch ihre Leistung und den guten Preis durch. Es ist ein Produkt mit einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Das verwendete Produkt ist das Material mit der Bezeichnung W113. Es ist stabil und auch wirklich leicht. Der Abfallkorb hat eine aufgedrehte Seite auf der Oberseite, die Sie immer noch gut tragen können, auch wenn es fertig ist. Die Reinigung ist gleich einfach und auch der Kunststoff ist leicht aufzuräumen, da es keine Gerüche nimmt, sowie sehr leicht zu machen ist. Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste, haben wir die Zeller 18100 Papierkorb. Das Desichten von Zeller ist aus großem Stahl gefertigt und sieht auch nicht nur edel aus, sondern wird zusätzlich für Langlebigkeit entwickelt. Natürlich können Sie dieses Modell nicht ohne Mülltüte verwenden, es sei denn, Sie geben an, dass tatsächlich nur Papier hineingeworfen wird. Der Lieferant hat es eigens für diesen Zweck hergestellt und auch mit einem feinen Stahlgitter begeben. Nur der Boden besteht aus einem stabilen Stahlstück ohne W-Optik. Zusammenfassend ist dieses Desichen ein echter Korb und berät fantasievolle und temperamentvolle Köpfe, die einem Basketballkorb oder dem Fußballer entsprechen. Wie immer, Sie die Links der Produkte finden, haben wir in diesem Video unten in der Beschreibung unten besprochen. Dank für das Ansehen unserer Video. Bitte mag, dieses Video teilen und vergessen Sie nicht unseren zukünftigen Update-Kanal zu abonnieren.